Walter Herrmann geht in den Ruhestand. Die IHK Reutlingen hat gestern Nachmittag in der IHK-Akademie Reutlingen ihren langjährigen stellvertretenden Hauptgeschäftsführer verabschiedet. Herrmann war 35 Jahre lang für die Reutlinger Wirtschaftskammer tätig und leitete dort zuletzt den Bereich Aus- und Weiterbildung. Rund 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung waren zur feierlichen Verabschiedung gekommen. Persönliche Würdigungen gab es von IHK-Präsident Christian Oerbe sowie vom Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp.